Jaja Hört auf jetzt Müsste wieder 10 Minuten warten und dann Warum hab ich das Gefühl, dass hier gleich was passiert? Ich will nicht! Nein! Nicht den Strom abstellen! Ruhe! Ruhe! Mama! Ich hab' ihn doch gehört! Oh oh! Guck nicht in den Schrank, Fetty! Ich bin nicht hier! Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Geh weg! Geh weg! Fetty, geh weg! Ist niemand da! Geh weg! Ey guck, guck mal das an ey! Der Hand zittert, ich bin... Oh nein! Okay! Kann ich jetzt wieder raus? Ist er weg? Alter, dieser ver... Blöde Priester, warum macht denn das Licht aus? Siehste... Oh, halt deinen Mund jetzt! Siehste, Fetty, deine Stimme gefällt der Sandy? Quasi der Blondie? Alter, hier war ich doch schon, ne? Oh Gott, wo muss ich... Wo ist der Ausgang? Wo war denn die da? Sei ruhig! Hört auf! Mann, Mann! Ihr dürft mir beistehen, aber bitte nicht nix machen! Ich krieg voll Angst, ey! Da waren doch auch... Waren da nicht irgendwo noch Batterien? Muss man hier ganz genau gucken. Überall nur irgendwelche ekelhaften Köpfe oder sowas. Da hat doch was geblinkt! Moment, Moment, Moment! Nein, da hat nix geblinkt! Scheiße, nur Finger oder so! Äh... Äh... Oh Gott, das ist so dunkel! Weißt du, und hier soll man ohne... Ohne Nachtsicht spielen! Wie soll das gehen, Alter? Sei ruhig! Alter, warum weiß ich, dass hier auch was passiert? Da ist doch jemand, Alter! Alter, hör auf! Hör auf! Hör auf, du Scheiße, Mann! Mann, hört doch auf! Nicht zu erschrecken!